Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich bin zwar noch nicht da, wo ich hinwollte, aber ich dachte mir, da wird sie durch diesen Tunnel fahren, der noch interessant aussieht. Nenne ich euch da mal mit. Ich glaube, das war der Tunnel, von dem wir vorhin mit Panem gekommen sind. Ich glaube es zumindest. Ja genau, hier hatten wir den Kampf und Panem. Ich hoffe, dass es eine Abkürzung ist. Nicht irgendwo, nicht irgendwo, nicht irgendwo angesehen wird. Aber das sieht gut aus. Noch 400 Meter, dann sind wir da. Bei diesem NCPT-Aufgrad. Ich speichere mal kurz wieder. Da gibt es eine Drohne, die rumfliegt. Bei Kurzschlüssen kann man die, glaube ich, ziemlich schnell ausschalten. Oder auch mit einem. Das steht halt keine Zugehörigkeit, oder? Militech. Ähm, Versorgung gefällt mir mit, weil er echt gut ist. Oh, wo ist das? Oh, wo hast du? Oh, wo ist das? Kill oder be killed? Und das Katana gefällt mir noch viel besser. Das Katana gefällt mir echt sehr gut. Und das liegt noch auch ziemlich gut. Schneller und einfacher ausgedacht. Weil bei Minitech bin ich mir da nicht so sicher, wie stark diese wirklich sind, die Gegner. Aber die haben wir ziemlich schnell kalt gemacht. Die Drohne, wo war die? Hier vorne. Ich würde erstmal den Laptop anschauen. Da gibt's absolut gar nichts. Fertigkeiten-Splitter. Und im Gespräch. Weiter ein Bug entdeckt. Bereich und links gesichert. Wurden sämtliche gegnerische Truppen neutralisiert. Bereich durchsuchen. Daten sammeln. Und versuchen sie noch mehr von diesem Abschaum aufzuspülen. Die Wraith müssten endgültig verschwinden. Verstanden. Verstanden. Für den nächsten Mal ist das wohl hier ein Brave. Doofes Wort. Und was gibt's hier? Und was gibt's hier? Begegnung. Nice. Tausend dólares. Hier kommen wir nicht hinein. Ansonsten gibt's hier nix. Belastung. Ablenkungsmanöver. Ablenkungsmanöver. Belastung. So, nee, wollte ich nicht. Ja gut, hätten wir das also auch erledigt, gibt hier wirklich sonst nix mehr. Wenn ich das so sehe. Haben ein bisschen mehr erwartet, aber gut. Why not, wenn's einfach geht. Dann steigen wir wieder in unseren schönen Colby hinein. Und schauen an, was als nächstes auf uns wartet. Ich würd mal kurz noch hier die Strasse abfahren. Einfach so. Falls mich interessiert, wo die hingeht. Vielleicht nirgendwo hin. Aber vielleicht gibt's ja auch irgendwo ein Secret. Oder wir werden einfach wieder zurückgesetzt. Wenn das vielleicht die Strasse nach draussen ist. In die Weite will's hinaus. Das sind doch 800 Meter. Und das ist ja auch irgendwo ein bisschen. Ich bin mal da. Ich bin mal da. Musik. Ich bin mal da. Ja. Ich bin mal da. Ich bin mal da. Frau an, das heißt. Ich bin mal hier. Ich bin mal da, weil. Ich bin mal da. Ich bin mal und da. Es gibt mal da. Und da vielleicht mal da. Und da ist. da sieht man es da gibt es doch etwas dann schauen wir uns hier mal kurz um ein paar Häuser schuppeln was ist das da hinten vielleicht gibt es nix vielleicht gibt es nix hier aber der Blick ist es doch trotzdem mal wert nehmen wir schon wieder das kennen hier ist leider schon mal gar nix hier draußen war ich wirklich noch gar nie selbst im anderen Spielstand wie ich hatte aber wahrscheinlich gibt es hier wirklich gar nix nicht mal was zum einsammeln ich schnapp mal kurz das Auto und fahr noch weiter hinein sonst müssen wir ziemlich weit laufen mhm absolut gar nix was der Scanner was der Scanner hier erkennt abgesehen glaube ich da von dieser Grenze die man sieht da darf man glaube ich laufen ein paar fliegende Steine objekte soll man hier draussen sein weiss gar nicht ist das so gedacht also es gibt hier richtig gar nix schade einfach so ein Ort im Nirgendwo der keine Bedeutung hat bisher vielleicht kommt ja noch irgendwas aber so dann müssen wir halt wieder ein Stückchen weiter zurück fahren über die Berge hier können wir wahrscheinlich nicht querfällt ein schätze ich mal ich könnte es versuchen aber ich glaube nicht dass das funktioniert das wäre in diese Richtung ich versuche es einfach mal mal schauen wie weg ich komme nope spiel sagt nein schade dann halt über die Strasse zurück so querfällt ein wir brauchen doch unbedingt noch ein besseres Offroad-Fahrzeug der Colby ist zwar besser als andere aber trotzdem nicht ganz so perfekt geeignet wie ich dachte ich fahre hier auf der Strasse ernsthaft? ich glaube hier draussen soll man nicht sein wenn wir das Spiel auf der Strasse sagen nein hier darfst du nicht sein du musst umkehren dann wäre ja dann gefiel gar nix why? spiel why? musste ich irgendwie zuerst hier zurück fahren und danach so auf die Strasse der Sound vom Auto ist auch weg ich steig mal kurz das Auto wieder rein Too much so ernsthaft darfst du mich verarschen was läuft da bitte falsch Okay, ich lade hier zurück. Sorry dafür. Vielleicht schrei ich das raus. So, sind wir also wieder hier. In der Hoffnung, dass mich das Spiel hier wegfahren lässt. Irgendwie schräg. Ich dachte, dass ich da ausserhaft wäre. Das Spiel war ein Bereichswehr, was ja theoretisch eigentlich nicht stimmt. Und wenn es dann eine Strasse gibt, um hinzufahren. Und ich auf der Strasse zurückgefahren bin. Aber gut. Ich hoffe, es lässt mich jetzt zurückfahren. Also das Spiel. Und dann fahren wir, wie gesagt, hier hin. Zum nächsten NCPT-Auftrag. Rocky Ridge. Also es ist die Siedlung. Wo Benhams Auto stand oder nicht. Ja, da hinten ist doch die Tankstelle. Okay, das Spiel lässt mich wieder fahren. Sehr gut. Mindestens etwas. Das ist das. Wait. Are you paying your respects with 101.9? Our calculations have determined that you are listening to 103.5 Radio PEPCAC. The numbers never lie. Was ist denn das für ein Radio? Ich stelle mal kurz mein Auto so hin, dass ich meinen Beschutz dienen kann. Wait. Ne, wollte ich gar nicht. Shit. Einfach mal alles hacken, was geht. Und dann schöne Granate reingehören. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Das Katana enttäuscht mich nie. Alter, sein Kopf liegt einfach hier drüben. Die hat dann richtig vette Bomben. Nee. Nix. Was ist das hier? Sieht mir irgendwie nach Minitech aus. Irgendwie sowas. Könnte sein. Könnte sein. Vielleicht steht ja hier drin was. Archivelsgespräch zwischen Pete und Lisa. Wir haben ihn zum Rennen gebraucht. Der zähe Hund hat ganze drei Fingernägel durchgehalten. Er sagt die Biotechs machen übermorgen Wartungstag. Hat uns auf der Karte gezeigt wo. Stelle es bisschen glütig. Pete? Haha. Ich verrasch dich nur. Papierkarten haben wir nicht. Er hat uns die Koordinaten gegeben. Und das sind die Biotechs die sich um die Farmen kümmern. Die Proteinfarmen. Gibt noch andere? Wollten wir sicher gehen. Ja die haben die Tag. Die wir brauchen. Okay. Ja bringt mir jetzt nicht allzu viel diese Info. Aber trotzdem danke. Ich geh da kurz auch noch hin. Interessiert mich grad was das ist. Ist das nur versteckt? Ich glaub nicht dass das auf der Karte angezeichnet ist. Oder ist es möglicherweise das? Ah doch das ist noch ein anderer NCBD Auftrag. Das ist ein Raumschiff. Irgendwie sowas. Ein Frachter vielleicht. Könnte sein. Okay. Da ist ein Auto und hier liegt jemand. Ein Archer. Aber nichts zum Scannen. Natürlich trage ich schon wieder zu viel. Marie, Vidor und Steven Bell. Die Familie des Piloten hat recht. Irgendwas stimmt da nicht. Ich sag's doch. Ich sag's ja auch gar nicht dass alles stimmt. Bloß dass es geilere Geschichten gibt. DTR lügt. DTR lügt. Verweigert Schadensersatz. Oder noch besser. DTR Frachtflugzeug defekt. Unschuldiger Pilot für Absturz verantwortlich gemacht. Ich... Ich find das klingt nach einer ziemlich gern Geschichte. Ein bisschen lang. DTR tot im Flugzeug? Okay, besser. Aber die Sache ist heikel. DTR wird alles daran setzen, das unter den Teppich zu kehren. Ich fang erstmal damit an, dass es um Schadensersatz für die Familie geht. Die menschliche Seite. Eine arme Familie verliert auf tragische Weise ihren Hauptverdiener. Es drohen Armut und Obdachlosigkeit. Und dann die klassische Bitte an den Konzern. Oh, lieber Herr DTR-Vorstand. Wir haben alles verloren. Bitte haben Sie Mitleid und helfen Sie uns. So ein Artikel wird wohl kaum jemand im Vorstand übel aufstossen. Und in der Zwischenzeit beschaffe ich mir Problemberichte von den Technikern über das Flugzeug. Ein guter Journalist schlägt immer zweimal zu. Erst sie finde, dann der richtige Angriff. Ganz ehrlich, ich würde die Sache einfach vergessen. Ich weiss, Steve. Ich weiss. Kommst du mit und machst Fotos vom Wrack? Oder wäre das zu viel Aufregung für dich? Ey, du kannst mich mal. Und ich meine es ernst. Vergiss diese ganze Geschichte einfach. Mhm. Okay, das war also eine Reporterin. Ähm. Aber wenn sie... Okay, sie war alleine hier. Wahrscheinlich. Pete kam nicht mit dazu. Und das ist ein Frachtflugzeug, das abgestützt ist. Interessantes Ding. Ähm. Ich schaue mir das in der nächsten Folge ein bisschen genau ran. Und dann sehen wir diesen... NCPD-Auftrag dort hinten noch. Und ich, äh... Höre mal mein Inventar ein bisschen auf dazwischen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Got it. I got you. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Ich bin Jumbo. Ich bin Jumbo. Ich bin Jumbo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Samurai We have a city to burn 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 We have city to burn